Willkommen hier zu den Tagesnachrichten. Wir haben wieder zu zwei Themen recherchiert. Thema 1. RTL-Britt wird nun wieder gesendet. Deluxi-Gronk sicherte sich die Senderrechte. Thema 2. Oma Gertrud lebt. Ärzte vollbrachten Wunder. Zu Thema 2. Nachdem Oma Gertrud vergangenen Mittwoch in das Kleinhilfsheimer Krankenhaus eingeliefert wurde, lag sie zwei Tage im Koma. Es gaben schon alle auf, bis Dr. House sie wieder belebte. Sie liegt im östlichen Krankenflügel. Zimmer zweite Blumen werden dankend angenommen. Das Wetter ist wie gestern, also ist dem nichts hinzuzufügen. Schauen Sie RTL-Britt bei Deluxi-Gronk. Neue Folgen kommen immer, wenn RTL Bock hat.